Eine 3-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Bremen. Das Objekt wurde 1951 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 83 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 510 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017